Du wirst deine Kinder nie wieder zu Gesicht bekommen. Ich werde dir niemals die Scheidung geben und du bleibst immer mein Anhängsel und wirst niemals heiraten können. Dies sind typische Aussagen, die wir hören, wenn es unter Muslimen zu einer Scheidung kommt. Jede Seite versucht der anderen eins auszuwischen. Selbst wenn man dabei ganz klar Grenzen überschreitet. Hauptsache, ich kann mich rächen an dem anderen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erinnert dies, dass ich mich nicht mehr an die Gebote Allahs halte, die klar und deutlich sind, dass ich niemals das Gute vergessen darf, was zwischen uns beiden gewesen ist, sondern immer nur versuche, dem anderen eins auszuwischen und hierbei ganz klar die Grenzen Allahs überschreite. Dies ist eine Eigenschaft der Heuchler. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, auch wenn eine Scheidung etwas Schwieriges ist, halte dich auch darin an die Gebote Allahs, weil dies ist ebenfalls ein Teil unseres Glaubens. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020